Musik Ich bin heute in Wehwi-Wörlitz und spreche zum Thema Wirtschaft. Ich möchte mich als Sozialdemokrat im Deutschen Bundestag für eine starke Wirtschaft einsetzen. Deutschland ist Exportland und lebt von seinen Innovationen und guten Produkten, die auch in Gräfenhainichen, Wittenberg und in Dessau-Roslau gefertigt werden. Ich möchte mich als Bundestagsabgeordneter dafür einsetzen, dass die Unternehmen, insbesondere in Ostdeutschland und in unserer Region, bei ihren Innovationen und in der Forschung unterstützt werden. Hier liegt ein klares Defizit gegenüber den alten Bundesländern, was schnell aufgehoben werden muss. Als langjähriges Mitglied in einem internationalen Netzwerk für Wirtschaft, Politik und Wissenschaft ist mir bei Wirtschaftsbesuchen auf unterschiedlichen Kontinenten bewusst geworden, wie wichtig innovative Produkte und Dienstleistungen sind. Diese bieten wir aus Deutschland. Ich möchte als Bundestagsabgeordneter gerne Ansprechpartner für die Unternehmen in unserem Wahlkreis sein. Egal, ob es sich um einen selbstständigen, ein mittelständisches Unternehmen oder ein großes Unternehmen handelt. Wählen Sie mich am 22. September für unsere Region in den Deutschen Bundestag. Wenn Sie möchten, begleiten Sie mich weiterhin durch unseren Wahlkreis und meine Themen. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Die Augenkanzte in derrutesten ... ... ... ... ... Vielen Dank.